So wir haben Mittwochmorgen und ich bin mitten in der Nacht aufgebrochen auf die Spitze der Mount Everest Düne. Ich bin jetzt oben. Gucken wir mal hier in den Grad. Es war richtig richtig heftig die letzten Meter. Es hat geklappt 20 nach 7. So eine Stunde, naja ungefähr 15 habe ich gebraucht. Hier sehen wir noch alles was im Schatten liegt und jetzt bin ich aber K.O. Hier unten sehen wir noch mal das Tal. Von da bin ich gebraucht, alles von einem Salzstück. Die Hütte von Laugau und dahinter die Zähche, die kann ich gerade selber nicht erkennen. Also das war eine schöne Aufgabe vom Stück. Das sind jetzt hier die letzten Meter zum Gipfel.